Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf meinem Server, äh nicht auf meinem Server, nein auf meiner Welt, die darf man nämlich auch nicht vergessen, aber Serverfolge kommt natürlich auch, nicht unbedingt heute, jetzt glaube ich, muss mal schauen wie viel ich schaffe aufzunehmen. So, dann wollte ich jetzt einmal kurz hier ein bisschen was hin, in der Hoffnung, ich habe noch ein paar Sachen, ich war ehrlich gesagt selber jetzt durch diese ganze Server-Sache und so drei Tage lang nicht auf der Map drauf, oh Gott, da kommt das schon jetzt sofort an. Dann kommt nichts vorbereiten, gar nichts, aber ich will sie halt auch nicht vergessen, was ist denn hier los, von hier was, nicht klopfen, klingeln, alter. Hier, die reißen mir die Tür ein, bin ich aber sauer. Hallo, so gut unten. So, das wollte ich jetzt alles ganz anders basteln hier, glaube ich. Und ich hatte eigentlich auch gesagt, dass ich das auf Stream machen wollen würde, aber naja, kam ich jetzt nicht zu. So, wir wollen einmal kurz mal die Besucher verkrauen. Wo ist der Loops? Hallo? Hä? Wolltet ihr eigentlich was? Wir wollen doch eher was, oder? Hm, hm, hm? Na, komm her. Ding, ding, ding. So. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hatte ich denn jetzt hier alles noch drin? Bisschen Stein, noch weniger Stein, ach du Scheiße, hä, wo ist mein ganzer Stein hin? Ne, da war das nicht. Hier ist noch ein bisschen das Kies, das andere sieht. Toll, Bruchstein, ja, die, ja, lalala, was habe ich hier noch gehabt, Stein, ja, Bruchstein, kein Bruchstein. Schiechen, schiechen, mein nö. Da hin. Wo habe ich denn hier? Wir haben ja noch ein bisschen was Fertiges. Ist doch schön. Ja, ja. Wollen wir das hier auch nochmal kurz fertig machen? Wollte ich da jetzt eine normale Maume machen, oder wollte ich da... Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich bin verwirrt. Das ist doch völlig auskleiden, ne? Aber wenn wir das unten machen? Dann muss ich ja jetzt. Oho, oho, Idee. Oder wäre da einiges verbrauchen müssen, ach du heilige Myrrhe. ach ne auch da ja schon super, Bobby ist echt so ein Held, erst mal gucken und dann handeln so, fangen wir wieder mit dem Scheiß hier an, oder? ja, genau den Scheiß meine ich eine kleine Budi hier mach ich das so muss ich mir mal von unten angucken wie es aussieht huch, nein, 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 nicht unterfallen Mensch okay, ich weiß jetzt schon, dass das jetzt hier kacke aussieht oh ich hab mal nach Scheiße, Vibrator-Alarm ausmachen soll aber früher ist es ja eine gewisse Symmetrie ich muss jetzt, und dann gucken, ach ja, das ist ja gut uff pfff 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 pffp n Ist. Tommer. Ihr seid Nervsbeutel. Mir fällt gerade ein, ich könnt ihr eigentlich schlafen, aber... Nö. Für wen ist das jetzt auch kurz zu regnen? Machen wir erstmal da hin. Warum geht denn das nicht? Ich will doch erstmal den weg machen. Hä? Hä? Boah! Kommt schon. Warum verbindet das nicht? Ja, dann macht das falsch. Was auch nicht funktioniert. Okay. Das wird so nix. Das wird so definitiv nix. Wo waren wir da waren. Ja, warum stand ich nicht unten? Da hättest du gleich eins... Nö, 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 nö. Kein Kommentar. Kein Kommentar ist verboten. Nein, das sagt jetzt nix. Nö, 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 nö. Lass uns das mal so. Hallo, das ist wie rufs. Kann ich auch gleich von irgendeinem weitermachen, oder? Ah, perfekt. Läuft auch einigermaßen. Kleine Links-Rechts-Schwäche hier. Naja, falls irgendjemand, der gerne vielleicht den Seed für diese Welt haben möchte, schaut in den alten Folgen aus der Alpha-Version, da steht es ja oben drin. Von der LBT-Welt den Seed, den muss ich nur noch mal raussuchen und euch dann mal geben, weil da wurde ja auch schon gefragt. Was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Ich hab doch normalerweise kaum Creeper und jetzt kommt sie alle nasen lang, oder was? Mann, 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 Mann. Ich hab nicht mal genug Erde, um den Scheiter wegzumachen, super. Ja, super. Da ist auch noch ein Loch. Jetzt ist das fertig. Durchballern. Und wieder hoch. So. Wie machen wir das? Auf jeden Fall erstmal so. Einmal zu. Ich weiß selber nicht mehr, was ich hier vorhatte eigentlich. Hm? Hm. Ne? Nö. Huch! Zurück. Das Haus war von Anfang an ja schon nicht symmetrisch. Und die Sichtweite ist nicht wieder eingestellt, ja ey, super, egal, trotzdem ein schöner Sonnenaufgang. Wir bauen uns die einen zurecht. Jetzt geht mir der Stein aus, soviel zur Vorbereitung, ne, ja, es sind nur noch zwei, warum habe ich da Halbsteps, oh Gott, naja, da, 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 dann komme ich wieder in die Bedur hier. Hm, ich habe nicht nichts mehr an Stein. Ich habe 2000 Fackeln, ja, schön. Da ist nur noch zwei Glas Glas. Du gehst doch nicht hin. Hm, muss ich das jetzt mal wegmachen? Meine Figur, ich habe es gehört. Wetten, ich stehe jetzt mal wieder woanders? Wetten? Ich gehe jede Wette ein. Ist auch noch Bruchstein gewesen? Egal. Hipp. Hm. Jetzt werde ich sowieso woanders stehen, weil ich hier längst krank bin. So. Mitnehmen, 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 die ist fast kaputt, die ist kaputt. Ne, gar nicht. Die ist kaputt. Brauche ich jetzt mal nicht. Ich packe nochmal den Ofen. Rein damit. Kohle geben wir auch aus anscheinend. Dann packen wir die da rein. Gehen wir mal kurz aufwandererschaft. Hallo? Wut? Nehmen wir diese Vertreter, ey. Die fangen schon an der Tür ab. Juppala. Au. Was ist hier los? Toll, dass ich die... Ah, stimmt. Die habe ich da vorne noch nicht fertig gemacht. Egal. Kommt noch. So, hier geht es runter in meine Mine. Bülmine. Ich habe noch kaum jemand gesucht oder gefunden. Oh Gott ist das tief. Ich glaube nicht Treppen bauen würde und das so oben nicht machen würde, wird es schneller gehen. Also ihr seht, ich bin nicht immer... ...und fleißig. Entschuldigung. Der Gang geht immer noch viel, 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 viel weiter. Ah ja, und hier habe ich einen Spawner gefunden. Hier muss ich noch was machen. Stimmt ja. Wie ist das Eisen hier? Oh Gott. Pfff. Das war knapp. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Ich habe gerade Angst gehabt, dass das Wasser, das die Fakten weg macht. Mh mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh. Biegen wir mal hier ab. Weil, ich brauche hier nicht Steine und vielleicht hat man ja ein bisschen Glück, man kriegt ja mal ein bisschen, natürlich Steine will ich nicht, äh, ein bisschen Diamanten. Wäre schön. Mh mh. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Aufregendste für euch alle. Mh. 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 Ich gebe es jetzt noch ein paar Minuten. Da hat man sich mittlerweile einmal vier noch, einmal dreimal, einmal zweimal, einmal einmal nur. So, ich musste gerade einen kleinen Cut reinhauen, weil ich gerade Besuch habe und musste nochmal bei so einem geplanten die Aufnahmen jetzt schon mal beenden, ich hoffe, das hat mir trotzdem gefallen, lass einen Daumen und einen Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dann! Tschüss!